wir anderen mit nüsten abwerfen können oh yes wo ist der nächste keine ahnung jump oh mein gott verpiss dich ja komm bin ich jetzt durch yo dededede dedede dedede ja komm naja lauf jones ja genau sei fast tot mein gott oh mein gott mein putti amazing goodness das hier ist der Waldtempel zumindest der Eingang so und hier komm ich eh noch nicht weiter aber ich wollte mich hören weil die mir ein Lied beibringt die Sage die mir die Oka Winder gegeben hat dedede 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 ich habe auf dich gewartet Zofa dies ist die heilige Lichtung mein Lieblingsort ich spüre etwas dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein das kann ich fühlen spielst du hier die Oka Winder kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen machst du mir die Freude und spielst mit mir oh je denn deswegen bin ich hier versuch die Melodie die ich spiele nachzuspielen bist du bereit des der die die unter rechts links runter rechts links uns wie will vor allem mehr mehr gut selbst kapiert den 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 kühnt den der und ein gott wird bettet die die und die 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 jungen das die was immer gespielt die wunderschönen Du darfst dieses Lied nie vergessen, verspreche ich es. Willst du meine Stimme hören, so spiele Sarias Lied? Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Ja, das... sowas nennt man auch Handy. Sowas kann man auch Handy nennen. Ihr nimmt ein Handy, tippt eine Nummer ein von einer Freundin oder einer Freundin oder so. Und dann kannst du dich mit dir unterhalten. Ist das nicht pretty amazing. Ich hab ein Lied gelernt, oh mein Gott. So, weil ich jetzt keine Lust habe, hier unterwegs abzukacken. Ich hab eher gedacht, ich bin jetzt direkt im Feuer-Champion, damit mein ficktes Feuerschild nicht abkackt. So, ich glaub, ich brauch nämlich die Stadia Lied für den Typen da. Ich seh diesen... Ja! Lauf schön, lauf schön! Fick dich ins Knie! Ja, und was nun, ne? Ja, du auch, stirb, ja. Vögelte! Ich bin fast tot wegen euch. Und jetzt springen wir einfach... Über allen weg! Und... Über allen weg! Und... Aber über allen weg! Und... Komm, über allen weg! Und... Jetzt hier runter! So! Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier! De, de, de! De, 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 de! So, fahr! Ich bin's wieder! Hat's all ihr dir... Ihr Lied beigebracht? Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Hat nicht alles geheimnisvolle Kräfte? Ich hätte, dass an anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen. Zum Beispiel in Hyrule. Platzierst du die Ocarina auf C und wählst sie aus, werden Notenlinien erscheinen. Ich empfehle dir, hier eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Auch das macht Spaß. Ich soll hier was spielen? Okay, lass uns hier spielen. Alle Lieder, die du gelernt hast, werden dir im Schatzmenü angezeigt. Ja, lerne sie, den du wirst sie häufig brauchen. WTR, ich werde alle häufig brauchen. What the fuck? Egal. Ignorieren wir das mal ganz getrost. Ich soll hier doch ein Lied spielen, fahrt mich doch nicht. Ähm, hier lang. Warte, das hat hier nicht irgendwer. Ein Herzchen für mich. Ein Herzchen. Oh mein Gott, ich sterb gleich. Komm, komm, gib mir ein Herzchen. Da ist ein Käfer. Noch ganz viele Käfer. Ja, ich hab zumindest ein Herzchen bekommen. Jetzt hab ich nie mehr dieses. Die, 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 die. Nein, nein, das hab ich jetzt nicht mehr. Nein, 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 nein. So, woher ich weiß, dass der Weg richtig ist, ist ganz einfach. Ähm. Komm, warte. Wo ist das Ding so? Nein, da muss ich es nicht einsetzen. Hier auch nicht. Was soll denn dann hier sein? Ach so, ja, da unten. Wenn ich Sorakleidung und so ein Kram hab. Und schwimmen kann richtig tief. Dann kann ich da reingehen, tauchen und kann mir Rubine abgreifen. Denn wir wollen alle Rubine. So, und jetzt zurück zu Mr. Obergrone. Denn Mr. Obergrone will bestimmt dieses Salia Lied hören. Zumindest kann ich mich erinnern, dass er einmal das Lied hören will. Ich weiß noch nicht wann. Ich glaub, der will dazu abgerufen. Yo. Komm. Aber was bringt es mir bitte, dass ich das Ding da aktiviert hab? Biaun. Es dreht sich einfach nur so blöd an. So richtig gestört, so. Dinn, 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 dinn. Hm. Oh, komm, stellen wir uns hier drauf und machen mal das Lied. Nein. Yo. Dinn, 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 dinn. Nein. Nein, wollte, hatte ich nicht vor. Nein, mit dir will ich auch nicht sprechen. Komm, du willst ein Lied hören, ich weiß es doch. Ah ja, jetzt auf einmal. Yo, dinn, 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 Wow! Das groovt! Yeah! 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 Ein heißer Beat! Oh geil! Groovy! Let's dance! Vielleicht soll ich das auch Let's Dance nennen? Let's play here! Yeah! Yoho! Wow! Cooler Sound! Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin Darunia. Ich bin der Anführer der Gron. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? B. Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Der heilige Stein des Feuers, auch als Gron-Opal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du mein Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Ja! Haber Name. Bestehst du die Prüfung? Diese Prüfung ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für diesen soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk. Der Gron und ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du, das kannst du sogar, kannst sogar du Dinge wie Donnerblumen mit A heben. Das A-Armband, das Gronen-Armband. Tja, nun kannst du Donnerblumen pflügen. Stell dich da vorne und nimm sie mit A auf. What the fuck? Das sind diese kleinen Mini-Bomben da vorne. Dannzehnt later. Denn du Lobben und auf wurden Fenster ks. Ich sch appel jetzt mal den gob petit Ton altro, die Papel am Baddamm er hat denn auf zum Feuer Tunnel Ding da Dungo Dungus Höhle wie man es hier nennt ich hätte es lieber Feuerhöhle Höhle Ding Dingsbums da Tja Pampai da 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 na 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 ich hasse diese Lieder hier überall ja Demonstration wir nehmen diese Bombe und werfen sie dann einfach nein wir wollten sie nicht dahin legen wir wollten sie werfen Kommt Bombe komm Pia und jetzt getroffen Pia und das Schild sogar weggeflogen die Lille Lille Linden Diener und Diener Diener und der so jetzt mein erster und einzigster Versuch Momentan mein erster und einzigster Versuch dieses schöne Herzteil ranzukommen dammend komm ich hab keine Lust halb tot in die Höhle zu gehen gib mir ein Herzchen gib mir noch mehr Herzchen so dankeschön ja ich mach hier stopp und sage bis zum nächsten also ich mach hier ne ganz kleine Pause so vor 10 Minuten bis hierhin BDM zu unter got du k